Ja, guten Morgen Freunde, da bin ich mal wieder. Mittlerweile wird es ja immer schwieriger, sich an euch zu richten. Auf meiner Seite hat Facebook komplett gesperrt, dass ich irgendwelche Livestreams oder ähnliches machen kann. Die Pegida Nürnberg Seite wird massiv behindert. Das heißt, die Reichweite wird so massiv eingeschränkt. Bitte macht folgendes, geht von selber auf unsere Seite, teilt häufig unsere Artikel, auch wenn sie euch vielleicht persönlich nicht interessieren sollten. Dadurch können wir die Reichweite wieder vergrößern. Man merkt also, wir werden immer gefährlicher. Sie greifen immer massiver ein. Natürlich sind wir auch über Twitter erreichbar und über VK. VK werden wir jetzt, denke ich, auch noch massiver angehen. Aber aufgeben tun wir auf keinen Fall. Es gibt ja auch genügend Gründe. Es wurde ja auch über das Wochenende wieder gestochen, gemordet. Und dann die ganzen Konflikte, die in unsere Straßen getragen werden. Wir haben es ja gesehen, wieder ein friedliches Bündnis oder ein Bündnis für Frieden in Kurdistan, Afrin, hat damit geendet, dass Leute verhaftet wurden, dass Polizisten angegriffen wurden. So was wollen wir nicht in unseren Straßen, so was brauchen wir nicht. Pegida geht seit drei Jahren friedlich spazieren und das werden wir auch weitermachen. Heute Abend ist ja in Dresden wieder. Es ist zwar kalt, aber das hält echte Patrioten nicht ab. Am Samstag, soweit ich weiß, ist Kandl. Dann natürlich nicht zu vergessen, der Spaziergang von Leyla in Berlin. Der wird sehr wichtig sein. Und dann geht es ja immer weiter. Und am 23. sind ja auch wir in Fürth wieder mit dabei. Und nicht zu vergessen, am 11. März unser Dreijähriges in Nürnberg. Ich brauche euch nicht mehr erzählen, was alles passiert ist. Man merkt es aber andersrum wieder. Die Medien werden immer ruhiger, immer stiller. Es wird ganz groß herausgestrichen, dass dieser Idiot in Italien durchgedreht ist und hat die Ausländer angegriffen. Das ist absolut der falsche Weg. Das bringt uns nichts weiter. Das schadet der Bewegung. Hat jetzt unter Garantie auch der Lega Nord geschadet. Es mag vielleicht verständlich sein, dass manche sagen, es ist irgendwo die Geduld am Ende. Aber wir wollen ja Demokratie. Wir wollen ja, dass es alles vernünftig abläuft. Und dann müssen wir halt den harten und steinigen Weg gehen. Dieses Auge-um-Auge-Prinzip, dieses Auge-um-Zahn-um-Zahn-Prinzip, das bringt nichts. Das wird von keinem akzeptiert mehr. Wir sind viel zu fortgeschritten. Wir wollen ja auch nicht in die Barbarei zurückfallen. Es reicht ja, wenn andere in diesem Stadium sind. Und deshalb auch mein Appell dringendst an die, die hier auch mittlerweile sagen, ja, spazieren gehen, das bringt nichts mehr. Ich höre es ja selber auch wieder. Ja, drei Jahre lauft ihr im Kreis rum. Ihr habt nichts erreicht. Das ist absolut falsch. Insbesondere, da ich ja sagen kann, ich laufe ja schon viel länger oder stehe viel länger auf der Straße. Wir haben sehr viel erreicht. Wir haben sehr viel Akzeptanz erreicht. Wir haben erreicht, dass dieses Thema endlich in der Mitte der Bevölkerung angekommen ist. Und es wird auch weitergehen. Die AfD ist dabei, sich zu formieren. Es gibt natürlich viele Widerständler, gerade im Westen, die systemtreu sind oder die nur an ihre eigenen Töpfe interessiert sind. Aber auch das wird sich über längere Zeit nicht halten lassen. Die werden dann in der Partei auch erkannt und werden dann in der Partei ihre Posten verlieren, auch wenn sie es teilweise bis zum Landeschef gebracht haben. Schauen wir mal, was da noch alles kommt. Aber wie gesagt, wichtig ist, wir müssen die Botschaft weitertragen. Wir müssen weiterkämpfen und wir dürfen nicht angreifbar sein. Das heißt, wir dürfen nicht beleidigen. Wir dürfen nicht irgendjemanden angreifen. Wir müssen als gutes Beispiel vorangehen. Nur dann können wir die Leute mitnehmen. Können wir die Masse mitnehmen. Können wir die Masse erreichen. Und das ist das Wichtigste, was viele immer noch nicht verstanden haben. Der Mensch muss Masse auf der Straße sehen. Es nützt nichts, die vielen Klicks im Internet. Die Masse muss auf der Straße sein. Das wird wahrgenommen. Ihr seht ja, selbst so ein super Ereignis wie Cottbus wird von der Presse entweder verschwiegen oder total falsch dargestellt. Eine Großdemonstration gegen rechts, dass ungefähr fünfmal so viele Leute aus dem Bürgerlichen da waren, die eben gesagt haben, jetzt ist Schluss, jetzt reicht es. Das wird nicht gesagt. Und deshalb müssen wir noch mehr Masse auf die Straße bringen, dass sie es einfach nicht mehr ableugnen können, dass sie es einfach nicht mehr umschreiben können. Und ganz wichtig ist ja, das sind ja alles Umfalle. Das sind einfach Systemparasiten. Wenn die merken, dass ihre Zeit um ist, wenn die merken, dass sie mit dem Thema nicht mehr landen, dann werden die umschwenken. Es werden zwar dann genauso Parasiten sein wie vorher, aber sie werden umschwenken und dann werden sie auf einmal berichten. Und deshalb haltet durch, Leute. Immer wieder wird es ja gesagt, es ist kein Sprint. Es ist nicht einmal ein Marathon. Es ist noch etwas viel Längeres. Aber am Schluss werden wir erfolgreich sein. Ich wünsche euch eine gute Woche. Danke fürs Zuhören. Bitte kräftig teilen und wie gesagt auch teilen Beiträge von unseren Seiten, denn wir werden massivst eingeschränkt. War ja die Woche noch der Spaß von Heiko, dass er die Türkei angeprangert hat. Ich glaube, der weiß selber nicht mehr, was er hier in Deutschland tut. Also macht's gut, Leute. Passt auf euch auf. Bis bald wieder. Danke. Euer Gernot.